ja hallo und herzlich willkommen zur nächsten runde banished und wir starten gleich durch nur ein bisschen orientieren gerade was das letzte mal eigentlich passiert ist ach genau der query muss fertig gebaut werden und ansonsten haben wir nichts sonst was anbauen nö nur die query ja die ist auch jetzt im moment am wichtigsten dann haben wir endlich genug steine obwohl wir haben im moment sogar steine zumindest ein paar können das ja bald fertig was ist los was keines kein essen mehr was ist da los ja wir haben ja was mache ich da jetzt ist mehrfelder anlegen ja ich könnte eigentlich mehrfelder anlegen da kann ich noch so ein kleines daneben hinbauen und noch mal kürbisse anpflanzen und wir haben neun arbeiter den schick jetzt aber erstmal zum fischen weil ich will jetzt unbedingt mal diese fischer voll besetzen also die zwei fischereien ja und gesundheit und zufriedenheit ist relativ hoch läuft wunderbar und jetzt wird es auch schon wieder frühling warte muss ich mal schauen ob ich genug farme habe ja ja fast soll ich jetzt dann auch bald neu einstellen braucht denn der noch mit der query ja dann müsste auch bald fertig sein und natürlich nur mal den einen fischer weg und stell ihn als farmer an damit wir die über den sommer zumindest die komplette ernte einfahren können da haben wir jetzt auch die ganzen steine da ist noch ein bisschen lust das könnten wir eigentlich auch noch wegnehmen ah nee das wird schon oder ist das eisen ja das ist eisen ups holz haben wir auch genug was ich nicht verstehe warum wir kein feuer ok jetzt haben wir ein bisschen feuerholz warum wir nicht so viel feuerholz haben und wenn die query fertig ist könnte ich eigentlich schon anfangen langsam ein townhall zu bauen das ist ja ich weiß dass er kein feuerholz haben und ich könnte noch ein paar steinhäuser ah genau schmarrn ich wollte noch ein paar holzhäuser in steinhäuser verwandeln vielleicht eins wo noch nicht so viele hups nicht so viele leute drin wohnen da damit wir da noch genug platz haben beziehungsweise dass der sich umsiedeln kann ja und jetzt machen wir erstmal neue bauarbeiter damit brauchen wir jetzt fünf damit es da zügig voranzügig voranschreitet das ist jetzt auf jeden fall hat oberste priorität damit wir da die komplette ernte haben und dann im winter können wir dann wieder die leute zum fischen schicken beziehungsweise zum bauen apropos bauen die query ist auch ja die wird jetzt nicht fertiggestellt los und fertig sehr schön jetzt brauche ich nur noch leute dafür wieviel kann ich denn da anstellen 15 stück seid ihr wahnsinnig das ist die hälfte von meinem dorf von meinem von den arbeitskräften zumindestens ist ja wahnsinn und die angeln schon wieder an land brav ach was soll ich jetzt dann bauen in town hall aber das kann ja dann wieder ewigkeiten dauern wir brauchen jetzt auf jeden fall erstmal neue viel mehr leute und mehr nahrung ich könnte auch mal einen haien obsthain anbauen äh aufbauen wieso kann ich das da nicht hinbauen ist das so eine erhebung oder was das mache ich jetzt einfach mal wunderschön was kann ich da anbauen was pikern das hier interessant ah genau jetzt schicke ich mal ein paar farmer weg die schicke ich dann zum fischen und zum bauen ich hoffe ich vergesse es nur wenn ich wieder ins frühling wird da das könnt ihr auch noch ne wir haben nicht genug steine oh wir haben aber einen neuen arbeiter schicke ich jetzt zum farmen dann kann der zumindestens gleich mal ein paar bäumchen setzen was auch gerade schon passiert aber ich glaube das dauert ein bisschen länger als wie beim feld also das geht glaube ich über mehrere jahre so dass die bäume erst wachsen müssen und so was wenn wir jetzt dann sehen oh ich brauche gar nicht so viele bilder dann könnte ich einen zumindest zum steine hauen schicken was ja ich weiß wir haben kein feuerholz sehr gut jetzt ist einer gestorben jünger ist gerade gestorben weil ich glaube das war ein fischer beziehungsweise der war ja davor äh was war der davor farmer auch 1600 nahrung ist schlecht und wir haben natürlich wieder keine steine kein wunder wenn ich jetzt ein steinhaus baue da kann man ein paar steine nehmen an den marktplatz gibt es ja auch die kohle ist ja riesig brauche ich dann irgendwie brauche ich dir neben die kirche hin das passt irgendwie nicht so aber da wollte ich die ganzen felder hinstellen dann ist vielleicht doch ja ich kann es ja neben die schule bauen aber das mache ich sowieso erst später es dauert ja wieder am 9 wir haben wieder den neuen das wird ja schon wieder frühling stelle ich jetzt mal genug farmer an und wir könnten schon mal langsam noch ein paar zusätzliche äußerst bauen oder zumindest eins wenn es geht aber ne hm soll ich die so nah aneinander bauen ne ich baue die jetzt einfach nochmal dahin jetzt ist schon wieder irgendwer gestorben was ja schon wieder während der geburt schade schade dann holen wir uns noch ein paar steine ein bisschen eisen weil eisen brauchen wir auch noch mischen wieder keins kriegen wir sonst noch äh ja da können wir uns ja noch was holen da bauen wir einfach gleich alles weg so da unten haben wir auch noch eisen aber das ist so ein langer weg das mache ich jetzt nicht obwohl ich könnte noch ne brücke drüber bauen ich jetzt hier obwohl es kommt ja aufs gleiche raus aber egal es schaut schön aus außerdem kann ich da nämlich keine straße weiter finden glaube ich ne doof so wir haben noch einen dann schicken wir die noch zum feld dann haben wir das jetzt voll besetzt und wir haben schon wieder einen neuen hey unser bilder ist gestorben ach das war vorbilder gestorben ist okay hey wir haben jetzt auf einmal 200 feuerholz wo kommt das jetzt hier okay gut gut sollen mich nicht stören ähm der braucht da ewigkeiten bis der mal dieses blöde steinhaus dann auch fertig gebaut hat wir könnten da eigentlich auch noch so ein stockpile so eine wahrenablage hinbauen dann kann der das gleich hier ablagen abladen ablagen what the fuck 2000 nahrung wunderbar die brauche ich jetzt nicht mehr auf dem feld dann schicke ich die jetzt dabei zum steine hauen und zum fischen einen habe ich noch übrig kann ich den noch zum bilden benutzen oh einen sollte ich vielleicht doch drin lassen damit er sich um die obst heine kümmern kann ich kann ein paar mehr jetzt hat gut das ist nur dieses feld da ganz unbeaufsichtigt äh einen noch dann kümmert er sich um das letzte feld oder auch nicht ja dann tun wir halt noch ein dahin ja gut aber ich bin mir nicht sicher am schluss haben die dann im frühling probleme das feld zu bestellen dann lass ich lieber wenigstens ja ein bisschen mehr als die hälfte braucht man um die in den gang zu halten in gang eher was könnte man alles ja wurscht ja ja jetzt haben wir schon wieder einige mehr einige Dorfwohner mehr ich bin jetzt versucht da die Knochenhaus hin zu planen hin zu bauen hm ja steine brauchen wir immer noch für die Häuser wo sind eigentlich die ganzen hä wie habe ich die vorher ganz besetzen können die Felder wo sind die ganzen Leute ah die habe ich zum Fischen auch geschickt stimmt ich vergaß wo gehen die so hin ach so stimmt ich habe gesagt die sind dann das Zeug hier auch noch abbauen da können wir noch die Steine hier auch noch nehmen das Eisen so weit ist der Weg hier dann auch nicht dann baue ich da einfach mal eine Straße hin damit die da schneller hinkommen obwohl die laufen sowieso gerade den anderen Weg aber mal sehen vielleicht machen sie es ja dann anders was macht die steht so gerne irgendwie auf dem Steinbruch rum wir brauchen neue Arbeiter wir brauchen neue Arbeiter oh 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 es ist so ah Gott ich muss ja die Felder besitzen so los es ist Frühling beeilt euch die Felder müssen bestellt werden dann irgendwer ist schon wieder gestorben naja ein Jäger in dem Sinne kein Feuerhals vorher hatten wir wieder 200 jetzt auf einmal wieder 0 also die machen das ja auch lustig können wir ja da irgendwie noch das Holz fällen was mit der Nahrung läuft hier auch stabil Steine haben wir immer noch und mehr Leute dann das eine Steinehaus ist jetzt fertig sehr gut und das da auch dann tue ich doch da jetzt noch einen weg und schick den zum Jagen der eine wird ja das Haus da fertig bauen können dann würde ich sagen bauen wir jetzt noch mehr Steine ähm machen wir noch mehr so Steinhauer und dann können wir eine Town Hall bauen hey da gibt es ja noch total viel Eisen hol ich mir das jetzt gleich ja oi wir haben ja gar kein Eisen nur hin können wir die Steine auch gleich noch mitnehmen wenn wir schon da sind da gibt es ja auch noch total viel Eisen und Steine du bist halt so weit weg das ist doof ah die Brücke ist jetzt auch fertig kann ich ja da die Steine auch noch nehmen und das Eisen ja das mit dem mit dem mit der Obstplantage also mit dem Obsthain das dauert anscheinend wirklich ein paar Jahre bis der mal angefangen hat dann könnten wir direkt noch ein paar mehr schon mal bauen obwohl ne das lohnt sich nicht äh oh sehr gut noch einen neuen Stone Cutter ansonst ja zwei neue Stone Cutter die bringen jetzt die Ernte ein ah hä warum legen die das da hin die ich hab da extra so ne so ne so ne Ablage hingebaut und jetzt was soll das jetzt achso und jetzt legen sie es da nicht mal hin er ist schon wieder gestorben wer ist denn jetzt schon wieder gestorben schon wieder ein Hunter hä was ist denn los ist das so gefährlich das Jagen oder wie scheint mir so er ist jetzt sowieso wieder ja die Ernte ist ja schon eingefahren dann tun wir hier oder welche weg einen zum Bauen einen neuen Hunter ein paar zum Fischen ja die wir setzen wieder voll gut wunderbar alles läuft super alles läuft super oh und es ist schon wieder soweit ähm dann machen wir hier Schluss und ja ich hoffe ihr habt die Folge genossen und es hat Spaß gemacht viel ist ja nicht passiert und ja bis zum nächsten halt schmarrn noch eine eines den schick ich jetzt nochmal hin äh das darf ich jetzt nicht vergessen da ja ok aber jetzt also dann bis zum nächsten Mal ciao ciao